Es herrscht ein stetiges Kommen und Gehen im GZSZ-Kiez Seit Beginn der Serie haben sich bereits diverse Charaktere verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Manche haben Kinder gekriegt und neue Jobs angenommen, Freundschaften geschlossen und bei dem ein oder anderen nahm das Mitwirken in der RTL-Serie auch ein tragisches Ende. Für Schauspielerin Chrysensi Kawasi spielt in der Serie die Rolle, Laura, ist ihr Flugzeugabsturz gerade noch mal gut ausgegangen. Ganz zur Freude von Freund John, der von Schauspiel-Kollege Felix von Jascha aufgespielt wird. Nach dem Wiedersehen sprühen die Funken und es kommt zum Sex. Während sich die GZSZ-Fans über das Glück der beiden freuen dürften, guckt Schaupielerin Chrysensi Kawasi im echten Leben bei diesen Szenen lieber weg. GZSZ-Star Chrysensi Kawasi dreht für RTL Sex-Szenen. Sex-Szenen sind alles andere als Alltagsstoff im Daily-Soap-Kosmos und sicherlich für alle am Set etwas ganz Besonderes. Immerhin muss hier nicht nur glaubhaft gespielt werden, es handelt sich auch um einen ganz intimen Moment, bei dem sich zwei Menschen ganz natürlich näher kommen sollen, und das Umgeben von Kameras. Für die GZSZ-Schauspielerin jedenfalls sind Sex-Szenen immer wieder eine kleine Herausforderung. Vor der Szene mit Felix von Jascha auf lag ihre letzte Erfahrung dieser Art schon einige Jahre zurück, wie sie jetzt im Serien-Podcast erzählte. Die letzte Sex-Szene hatte ich mit Jörn Schlöhn-Vogt und da war ich hochschwanger. Das war 2019. Chrysensi Kawasi kann mit Sex-Szenen nichts anfangen. So richtig warm wird die Schauspielerin mit der Thematik jedenfalls nicht. Ich schäme mich selten für irgendwas. Ich habe selten Selbstscham. Also ich meine als Schauspieler ist das halt auch schwierig, das zu haben. Aber ne Sex-Szene. Halleluja! Also man will nicht sich selber anschauen, wie man da liegt. Von ihrem Unbehagen lässt sich Chrysensi, die übrigens mit Musiker und Schauspieler Tom Beck verheiratet ist und einen gemeinsamen Sohn hat, aber nicht aufhalten, wie die Fans der Serie im TV sehen können. Also man will nicht aufhalten, wie die Fans der Serie im TV sehen, wie die Fans der Serie im TV sehen, wie die Fans der Serie im TV sehen. Also man will nicht aufhalten, wie die Fans der Serie im TV sehen, wie die Fans der Serie im TV sehen, wie die Fans der Serie im TV sehen.